Hallo, ich habe den Steckdosen-Insektenvernichter als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Es ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil wenn man im Hotel ist, da sind Mücken, dann kann man sowas da in die Steckdose stecken. Es ist keine Montage notwendig. Ein Reinigungstool ist auch dabei. Bei dem mir zugesandten Gerät ist allerdings das Material nicht gerade sehr gut verarbeitet. Das heißt, wir haben hier diese Oberschale und haben hier eine deutliche Kante an beiden Seiten. Das heißt, die Oberschale ist einfach größer als die Unterschale und das ist doch ein Verarbeitungsmängel, was in der Produktqualitätsprüfung hätte auffallen müssen. Mir erscheint das Material auch nicht gerade besonders stabil, aber es soll ja auch nicht ewig halten, aber man kann es im Koffer halt mitnehmen. Also es hat durchaus Sinn, so ein Gerät zu besitzen und das auf Reisen mitzuhaben. Das kann sich ja jeder selber überlegen, ob er dieses kauft oder ein baugleiches oder ähnliches von einem anderen Hersteller. Ich möchte dann immer beeinflussen und jeder hat ja auch ein Rückgaberecht, wenn ihm die Verarbeitung nicht gefällt. Ansonsten unten Kommentare hinterlassen, wenn ihr ähnliche Artikel habt, ob ihr sie gut heißt oder nicht. Vielen Dank fürs Schauen.